Mein Name ist Björn, technischer Außendienstmitarbeiter der Firma KS-DOOLS. Ich möchte euch jetzt unseren 195-teiligen Steckschlüssel-Satz vorstellen. Wir liefern ihn in einem robusten Grundstoffkoffer, ausgestattet mit Halbzoll-Werkzeugen, Dreiechtelzoll-Werkzeugen und Viertelzoll-Werkzeugen. Eine Halbzoll-Knarre, eine Dreiechtelzoll-Knarre, eine Viertelzoll-Knarre. Die Umschaltknarren in dem Koffer sind ausgestattet mit einer Feinverzahnung von 72 Zähne. Sie haben einen Druckknopf, was mir ermöglicht, einen festen Halt der Betätigungswerkzeuge und ein schnelles, leichtes Lösen. Des Weiteren haben wir umfangreiche Steckschlüsse im Bereich des PH-Profils hier, Kreuz, Schlitz, Imbus, Torx, Torx mit Stirnlochbohrung. Hervorheben möchte ich Besonderheiten, wie bei dem Schiebegriff, dass wir den abziehen können und haben hier eine Aufnahme 3,8 Zoll auf halb Zoll. Im Bit-Sortiment sind auch noch enthalten Riebe-Bits, sogar Riebe-Bits mit Stirnlochbohrung. Um die ganzen Bits aufzunehmen, haben wir hier Adapter im Viertelzoll-Bereich, 3,8 Zoll-Bereich und halb Zoll. Damit ist unser 195-teiliger Steckschlüsselsatz ideal für zu Hause und in der Werkstatt. Die� für Sie sind permissions sicher, die Klammern ein und schwieriger Steckschlüsse unterstützen. Luftverifיח�� 줄 ist für die Klammern. Die Kühe für Sie sind wichtig.